Einen schönen Sabbat an alle, es kommt darauf an, wo ihr euch befindet, wo ihr lebt, dann könnte es das Ende des Sabbats sein, aber hier sind wir noch mittendrin. Also wir sind dankbar, dass wir hier dieses Haus haben können, dass wir hier international anbeten können oder Gottesdienst haben können. Ich glaube, dass Gott das leitet und ich freue mich auf eine Zeit, ich freue mich darauf, wenn es uns möglich sein wird, dann wird es nicht nur international sein, sondern es wird auch intergalaktisch sein. Leute von den ganzen Galaxien, die zur gleichen Zeit anbeten und ich danke Gott dafür. So, bevor wir jetzt nun das Studium von heute anfangen, was ich heute teilen werde, ich werde vor euch knien, beten. So, lasst uns beten. Dear God, thank you for the opportunity of the Sabbath, especially for this opportunity to be able to share your word. Danke für die Möglichkeit, auch dein Wort zu teilen. We have been pushed and tossed by the devil. Wir wurden von dem Teufel getrennt in our different spaces of life. In den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Aber durch deine Vorhersehung sind wir am Leben und uns ist es möglich, dein Wort zu lesen, dein Wort zu glauben und wir freuen uns auf die Erlösung, die wir von diesem Planeten erfahren haben. Wir bitten um deine Leitung, wenn wir die Bibel jetzt in der nächsten Stunde anschauen werden. In Jesus' Namen beten wir. Amen. So, I'm going to read from Revelation chapter 13 Ich werde von Offenbarung 13 lesen und Vers 11 Und dort Vers 11 Offenbarung 13, Vers 11 und 12 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm aus und bringt die Erde und die darauf wohnen dazu, das erste Tier anzubilden, dessen tödliche Wunde geheilt wurde. So, today I'm going to share Perspectives Heute werde ich Perspektiven teilen on this verse Perspektiven über this verse Und bevor ich das tun werde Dann möchte ich euch daran erinnern dass die Bibel das Gleichnis ist Und wenn wir die Gedanken in der Bibel interpretieren Wenn wir alle Bibelgeschichten, die in der Bibel sich befinden betrachten Dann sollten wir diese betrachten durch die Linse der Gleichnisse Also die Bibel ist ein Buch der Gleichnisse Wie Gott unterschiedliche Gruppen geführt hat Und noch genauer zu sein Und es ist eine bestimmte Zahl von Leuten Eine Gruppe Da gibt es viele Nationen zu deren Zeit auf der Erde, auf dem Planeten Und die Bibel fokussiert sich auf eine Nation Und ich könnte argumentieren Dass die Geschichte in 1. Mose Kapitel 12 Anfängt Wo Abraham berufen wird von Gott Und Gott ihm eine Verheißung gibt Er sagt Gott zu Abraham Du wirst zu einer großen Nation Ich werde die verfluchen, die dich verfluchen Ich segne die, die dich segnen Wenn ich dieses Szenario anschaue Dann ist die Menschheit gefallen Also möchte Gott jetzt hinunter zu der Menschheit langen Und die Menschheit von ihrem gefallenen Status aufnehmen Also Gott denkt sich eine Strategie aus Wie werde ich das bewerkstelligen Und er beruft Abraham Und er wird Abraham benutzen Um die Welt zu erreichen Also werde ich diese Linie auf dem Board hier zeichnen Also was ich auf dieser Linie hier zeichnen werde Sind jetzt nicht unbedingt Wegmarken Aber es sind Punkte, die illustrieren, was ich heute mit euch teilen möchte Ich fange hier mit Eden an Das ist wo die Geschichte anfängt Wo alles perfekt war Und diese Ordnung wurde zerstört durch die Sünde, den Ungehorsam Und wegen der Sünde Das habe ich nicht ganz verstanden, aber etwas kam als Resultat Also die Ursache war die Sünde von Eva, wie wir es bereits wissen Und die Auswirkung war Sexismus Die Sünde Kain, wie wir es auch schon kennen Die Auswirkung oder das Resultat war Die Verwirrung in Bezug auf Auf Anbetung, wie beten wir Gott an Die Sünde Harms Und die Auswirkung war die Sünde des Rassismus Und die Menschlichkeit, sie fällt weiter Und da gibt es diese Ordnung Einmal gab es Ordnung in Eden Dann gibt es die Geschichte von Noah Nach der Geschichte von Noah Das ist wenn wir dann 1. Mose Kapitel 12 haben Die Berufung Abrahams Also Abraham wird ein Versprechen gegeben Er wird der Vater vieler Nationen sein Abraham hat jetzt eine Frau Sarah Und das ist Sarah Und das sind Nachkommen von Sarah Nicht von Abraham Ich sage Sarah Denn Abraham hatte viele Kinder außerhalb Und der mit Sarah So ich fokussiere jetzt nicht auf die Fehler Die er gemacht hat Ich fokussiere mich auf Sarah Und deswegen nenne ich die Nachkommen Sarah Also durch Sarah haben wir Isaac 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 marries Rebekah Der wiederum heiratet Rebekah Und die Geschichte geht weiter und weiter Bis wir zu der Frau kommen Whose name was Jacob Was ihr Name war Jacob Wer kennt sie Wer kennt sie Wer ist Jacob Jacob Sie gab drei Kinder Sie gebührt sie Moses Ah es ist die Mutter von Mose So Jacob Gives birth to three children Also sie hat drei Kinder Moses Aaron And Miriam Mose Aaron Und Miriam So we get to Moses Jochabeth Also dann sind wir bei Mose Also werde ich hier Mose markieren Also dieser Mose Also dieser Mose Der Sohn von Jochabeth Der Sohn von Jochabeth ist der diese Geschichte hier kreiert oder schreibt Also Moses schaut zurück Dinge die passiert sind bevor er geboren wurde Und er hat es aufgeschrieben Und er hat es aufgeschrieben Der gleiche Mose Led a people out of captivity Egyptian captivity Hat ein Volk aus der Gefangenschaft rausgeführt Nach Kanan Nach Kanan Abraham Wo Abraham ursprünglich gelebt hat So the story of the Ten Commandments Is a very interesting story Die Geschichte der Zehn Gebote ist eine sehr interessante Geschichte When you read about it in Exodus chapter 20 Wenn man darüber In zweiter Buch Mose Kapitel 20 liest It says In the introductory part To the Ten Commandments Da heißt es In der Einführung Zu den Zehn Geboten I'm the Lord thy God Who brought you out of Egypt Ich bin der Herr Dein Gott Der dich aus Ägypten geführt hat Okay May I see by raise of hand Those that have been to Egypt before Wer war denn schon mal in Ägypten Bitte haltet eure Hände hoch Okay Quite a few And those that have never been to Egypt May I see your hands So if I were to ask a question Wenn ich jetzt euch eine Frage stelle Why did you keep the Ten Commandments Warum haltet ihr die Zugebote Ihr wart ja noch niemals in Ägypten Yet God introducing the Ten Commandments Aber dennoch hat Gott He says I brought you out of Egypt Gott sagt ja Er hat euch aus Ägypten rausgeführt Möchte jemand da was dazu sagen It's a question To the class The question is So Most of us have never been to Egypt Die Frage ist folgende Die meisten von uns waren noch nie in Ägypten You read the Ten Commandments Ihr lest die Zehn Gebote The introduction to the Ten Commandments Der Einleitung der Zehn Gebote Sagt ja Ich bin der Herr Dein Gott Der dich aus Ägypten geführt hat Und Auf einmal glauben wir Wir müssen die Zehn Gebote halten Yet we have never been to Egypt And brought out of Egypt Aber wir waren ja nie in Ägypten Und wurden auch nie herausgeführt Also was gibt dir die Lizenz dazu Dass diese Zehn Gesetze Zu dir sprechen Oder für dich sprechen Zehn Dinge die man tun sollte So I saw a hand Ich habe eine Hand gesehen War deine Hand da So Kerti says He gets the direction from Jesus Also hier sagt man Jesus sagt was wir tun wollen Und die Arbeit die sie getan haben An der ersten Ankunft Indem sie das Evangelium veröffentlichen Und nicht nur zu den Juden es ging There you go So he says And in that regard Kerti is spiritually An Israelite Kerti sagt dann Dass er spirituell Ein Israelit ist Okay Okay Zedring So 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 Zedring So Egypt Repräsentiert The world So 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 we Taken out of the world Wir werden aus der Welt gebracht And We are in Canaan We are going toward Canaan We are going toward Canaan We are going toward Canaan Okay I think we are going toward Canaan That these commandments Are not being written directly To us In our different geographies In our different geographies In our different geographies We are going toward Canaan 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 I came across a certain evangelist We are going toward Canaan Versucht sich da In die Geschichte Der Israeliten Das da reinzupassen And I want to say that We do not feel And Ich möchte sagen Dass wir nicht da reinpassen To That story In diese Geschichte Because Denn We Were not in bondage We don't know How to make Graven images Denn Wir sind nicht In der Gefangenschaft Wir wissen nicht Wie wir Bildnisse machen Wenn du beweisen möchtest Dass diese Leute Experten waren Bildnisse zu machen Read the story About the Epispore Lies die Geschichte Über den Apistschir How they managed To Get on To that project In Less than a day They were done They had A bull To worship Schau In Weniger als Einen Tag Hatten sie Einen Bullen Den sie anbeten Konnten So How do we Take the Ten Commandments To make them Hours Also wie nehmen wir Die Zehn Gebote Um sie Für uns Anzuwenden I Agree With Curtis Ich Stimme Mit Curtis Überein I Agree With Cedric Stimme Überein We Do So Through Application Wir tun Das Durch die Anwendung We Take The Words Of The Bible We Believe Them We Glauben sie We Apply Them To Us Wir tun sie Auf uns Anwenden So if you gonna read the Ten Commandments The way they are phrased They are phrased within a certain context Different from the 21st century So as I read the 21st century So Unterschied from 21st Jahrhundert So as I read the Ten Commandments I have to make an application to me You go to the Sabbath commandment as an example Before you even get to the Sabbath commandment These Ten commandments are given to a male figure So you go to the Sabbath commandment It is being given to a Bill Gates of our time Bill Gates Oh das verstehe ich Es wird wie Bill Gates gegeben einem Bill Gates von unserer heutigen Zeit The person being given the Sabbath commandment owns the means of production Dem gehört dann auch die Durchführung Yes servants Männliche Diener Yes female servants Weibliche Diener So they own the means of production Also er ihm gehört dann wie das Ganze durchgeführt wird They don't go and log in that I entered the workplace at 8 They don't log in writing a book that I was at work at 8 at 8 a.m. in the morning and then I had to leave at 5 p.m. They own the means of production I want to suggest that was the setup during that time I think I would I would I would 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 as you read the Sabbath commandment as well you want to be careful to apply it to the 21st century I say careful because if you are not careful you are going to end up keeping slaves because the commandment says even your male slaves must rest on the Sabbath so we make an application also we make an application now I want to go to patriarchs and prophets page 303 and paragraph 1 so it says Israel was now to be taken into a close and peculiar relation to the Most High to be incorporated as a church and a nation under the government of God Israel sollte nun eine enge und besondere Beziehung zum Allerhöchsten gebracht werden um als Kirche und Nation unter der Regierung Gottes eingegliedert zu werden so through Moses we have a church and that church is incorporated in Sinai in Sinai anfängt Sinai so this church was organized by God in order to show forth to the world the character of God um den Charakter Gottes der Welt zu zeigen hence this church was given certain requirements also wurde dieser Kirche gewisse Gebote gegeben and those requirements were revolutionary und diese Gebote waren revolutionär there were requirements that required them to change their way of life their way of thinking especially in relation to how the other people in the world the surrounding nations how they lived vor allem dass es anders war wie die Leute die um sie herum gelebt haben also sie sollten anders sein wie die ganzen anderen Menschen mit Gott als ihren Herrscher ich möchte dass ihr eine Sache hier aufmerkt Gott präsentiert sich selbst als ein Monarch als ein König nicht als eine Demokratie so wie wir es jetzt wissen aber als ein Monarch als König und wenn ich euch fragen würde warum für mich das ist alles was sie in der Zeit damals verstanden haben ein monarchischer Gott das ist was sie verstehen konnten also Gott hat hier seine Gemeinde um dann die Welt zu erreichen Seht ihr diese Illustration auch noch sonst wo irgendwo in der Bibel da so Gott hat jetzt eine Gemeinde um um dann mit der Welt zu sprechen aber präsentiert auch die Welt zur Gemeinde um zur Gemeinde zu sprechen also um jetzt der Gemeinde zu sagen was er für die ganze Welt plant muss die Kirche in die Welt anschauen und die Welt schaut sich die Gemeinde für Leitung an und andersrum also Prinzip Nummer 1 ist dass Gott zur Gemeinde durch die Welt spricht zur Gemeinde durch die Welt sprich zur Welt durch die Gemeinde und zur Gemeinde durch die Welt wenn man jetzt die Geschichte der Gebote betrachtet going back to Genesis 12 wenn man zurück zur ersten Mose 12 geht und wenn man möchte können wir zurück nach Eden gehen zu einem ursprünglichen lokalen Setting wo man das Rote Meer beschwert wie sie durch die Wildnis reisen durch die Wüste wenn man zu dem Ort geht wo sie vor 40 Jahren gebandert sind kann man wahrscheinlich in dieser aber wir haben Chapters und Chapters und Tausende Wörter über Menschen die von A bis B könnte man im Flugzeug wahrscheinlich weniger als in einer Stunde darüber fliegen und wir haben hier Kapitel nach Kapitel und Tausende von Worten die eine Zeitperiode beschreiben oder ein Volk beschreiben mit dieser Wanderung und heute muss es so nicht mehr sein und man sagt einfach heute ja ich war gestern in New York und heute bin ich hier manche Leute haben 40 Jahre gebraucht über ein Raum um von A nach B zu kommen braucht man eine Stunde also was lernen wir daraus dass das Lokale zum Internationalen spricht Lokal spricht zum Internationalen Universal Internationalen oder Universellen so we keep making applications also wir machen weiter Anwendungen to ourselves für uns und diese Bewegung vor ein paar Jahren haben dieses Prinzip noch nicht gemeistert die meisten Themen in der Bibel die haben kopiert und auf unser Leben angewandt und ich schlage vor wenn wir nicht vorsichtig sind wenn wir nicht richtig lesen dann wird man zu einer abnormalen Person in dieser Welt aber Gott möchte dass wir normal werden dass wir die Welt erreichen können in einer Art und Weise wie sie es verstehen können ich denke wenn man normal ist ist Gottes Strategie um die Menschlichkeit zu erreichen hinunterzulang also etwas der Menschheit zu präsentieren wie die Menschheit verstehen kann wie Gott ist wenn Christus kommt Christ joins a human family dann kommt Christus und er wird Teil einer menschlichen Familie also hier haben wir jetzt Christus joining a human family in einer Art und Weise wie die Menschheit es verstehen konnte und wenn wir in dem Buch Desire of Ages und wenn wir in dem Buch Leben Jesu lesen in dem Buch in dem Kapitel das Erfüllen der Zeit dann wird man verstehen dass als Christus kam als Christus zur Welt kam war die Welt nun jetzt reif die Botschaft Christi anzunehmen nicht nur intellektuell sondern auch reif um dieses Wort um erhalten zu können zum Beispiel das Netzwerk der Straßen und auch eine universelle Sprache you remember that before that Greece was the one that was ruling the world oh das habe ich nie verstanden das tun mal ein and then pagan Rome dann hat nur das heidnische Rom erst Griechenland dann ruf also als Jesus kam war die Herrschaft des heidnischen Roms ich möchte dass ihr euch an etwas erinnert hier haben wir ein Volk das durch Abraham berufen wird von ihnen wird vorhergesagt dass sie ein großes Volk werden sie wissen dass ein Messiah kommen wird also halten sie an der Verreizung fest wir werden eine großartige Nation sein also wir werden die Weltgeschehnisse beeinflussen wir werden größer sein als die Vereinten Nationen jeder wird zu uns hochschauen also wenn Jesus jetzt kommt dann kommt er zu diesem gleichen Volk und das ist was in ihrem Kopf tritt also wenn Christus kommt und er ihnen das Königreich gibt dann sagt er nicht etwas was er nicht versteht am Ende haben wir das Kreuz wo Jesus getötet wird und an diesem Kreuz sagt Christus dass es vervollständigt ist und wenn es zu Ende ist dann bedeutet das viele Dinge eine der Dinge das bedeutet ist dass es kein Jude oder Heide mehr gibt alle sind nun gleich vor dem Kreuz kein männlich oder weiblich jeder ist nun gleich aber diese Leute hier sind so stur dass sie immer noch glauben dass ein Messias kommt und wir kommen an diesem Punkt wo ihre Stadt zerstört wird die Zerstörung von Jerusalem und wenn wir die Zerstörung von Jerusalem betrachten dann ändert sich die Geschichte von dem schwarzen Buch der Bibel wenn man einen Adventist ist zu einem anderen Buch der große Kampf und man liest dieses Buch und der Autor dieses Buches ihr Name ist Ellen da ist Miller da ist Ellen da haben wir Miller da haben wir Ellen Ellen like Moses und Ellen wie Moses so wie sie schreibt sie schreibt in retrospekt dann schreibt sie in welchem Aspekt sie schreibt eine Geschichte Moses schreibt auch eine Geschichte wie diese Geschichte sich auf Gott bezieht so wie Moses getan hat und als Ellen anfängt zu schreiben da fokussiert sie sich auf eine Gruppe von Menschen unterschiedlich von der Gruppe von Menschen auf die sich Mose konzentriert hat in diesem Moment werde ich vergleichen und gegenüberstellen und zwar Mose und Ellen was sind einige der Gleichheiten oder Ähnlichkeiten der beiden Natalie sagt sie sind beide Propheten so they are both prophets sie sind beide Propheten okay okay Curtis says they are both prophets within an Alpha history Curtis sagt sie sind beide Propheten in einer Alpha in einer Alpha Geschichte in einer Alpha Melanie Melanie oh that's what you wanted to say yes Natalie oh okay so okay I could add that they were also both were involved in the in church organization as the church was founded sie sind beide sie sind beide involviert in der Organisation der Gemeinde während sie gegründet wurde wir haben hier Mose in dem er die Kirche gegründet in dem er die Kirche gegründet und auch hier Ellen White die auch involviert ist in der Gründung der Gemeinde wir haben die zehn wir haben die zehn Gebote wir haben die 1850 1843 und hier haben wir die 1843er und 1850er Karte also hier haben wir zwei Tafeln wir haben hier zwei Karten gleicher Prophet und was sind jetzt die Unterschiede ich kann einen Unterschied nennen welcher offensichtlich ist was ist das das Geschlecht der eine ist männlich und der andere ist und der andere ist weiblich beide tun Gottes Wort aber zu einem Zeitpunkt er verlangt dass Gott dass man zu einem Mann zuhört und später Gott verlangt er dass man einer Frau zuhört also benutzt Gott unterschiedliche menschliche Instrumente zu unterschiedlichen unterschiedlichen Zeiten da gibt es noch einen weiteren Unterschied zwischen Moses und Ellen welcher könnte dieser sein Welche Nationalität hat Ellen so Ellen is American Ellen ist Amerikanerin und in welcher Nationalität ist Moses in welcher Nationalität hat Moses 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 ist ein Hebräer also da gibt es unterschiedliche Instrumente unterschiedliche Instrumente unterschiedliche Hintergründe beiden tun Gottes Werk in der Welt in der Welt unterschiedliche Dispensations unterschiedliche Dispensations unterschiedliche Zeitpunkte in der Zeit der Humanität in der Zeit der Geheimnis also wie tut Ellen weiter Offenbarung 13 Vers 11 was bedeutet dieser Vers Offenbarung 13 Vers 11 für Ellen so I'm going to read a quotation jetzt lese ich ein Zitat Great Controversy Großer Kamm Chapter Page 444 in Paragraph 1 so Ellen says but the beast with lamp-like horns was seen coming up out of the earth instead of overthrowing other powers to establish itself the nation thus represented must arise in territory previously unoccupied and grow up gradually and peacefully it could not then arise among the crowded and struggling nationalities of the old world that tablant sea of peoples and multitudes and nations and tongues it must be sought in the western continent Aber das Tier mit dem Lamm-ähnlichen Hörnern wurde aus der Erde wurde aus der Erde heraufsteigen gesehen Anstatt andere Mächte zu stürzen und sich selbst zu etablieren muss die so dargestellte Nation in einem zuvor unbesetzten Gebiet entstehen und allmählich und friedlich heranwachsen Sie konnte also nicht inmitten der überfüllten und kämpfenden Nationalitäten der alten Welt entstehen diesem unruhigen Meer von Völkern und Scharen und Nationen und Sprachen Sie muss auf dem westlichen Kontinent gesucht werden So notice one thing Merkt hier eine Sache Sie benutzt hier ein Begriff und sie sagt Old World Die alte Welt Die neue Welt So to Ellen Also für Ellen Like to most of us If not all of us Wie die meisten für uns wenn nicht alle Das ist Punkt Das ist Punkt Nummer B Das hier ist das Meer Das ist Punkt A So this is the old world Das ist die alte Welt Die alte Welt Und das ist die neue Welt So This is how Ellen presents it Das ist wie Ellen es präsentiert Another point that I want you to see from that particular paragraph Ein weiterer Punkt das ich möchte dass wir ja von den Paragraphen mitnehmen oder sehen Is das sie sagt This beast which is a nation dieses tier was eine nation ist anstatt es andere überwältigt andere nation sollte sich einfach nur selber etablieren in einem Gebiet entstehen oder aufkommen das vorher nicht so etabliert war sie sagt in order for this particular prophecy to match with her claim this beast is America sie sagt dieses tier ist Amerika it must rise in this America it must rise up in a place that is previously unoccupied dann muss sie hier dann muss Amerika aufkommen in ein Gebiet was vorher nicht so bewohnbar meine Frage ist jetzt wenn die Puritaner nach Amerika kommen ist Amerika nicht bewohnt wer weiß denn die Antwort darauf ist Amerika unbewohnt Amerika ist occupied nein Amerika ist bewohnt wenn man die Geschichte gut liest dann liest man dass der erste Krieg mit den Indianern 1675 das war der erste Indianerkrieg die Indianer haben gekämpft gegen die Puritaner von Europa die Leute die die alte Welt verlassen haben im großen Kampf gemäß Ellen White war das durch die Vorhersegung Gottes 290 § 4 im Englischen Ellen argues that through God's Providence these people that were being persecuted in the old world das durch die Vorhersegung Gottes dass die Leute die in der alten Welt verfolgt wurden durch die Vorhersegung Gottes suchen sie nach einem Land wo sie leben konnten und sie sind durch das Meer gegangen bis sie nach Amerika kamen und als sie nach Amerika ankamen da war es nicht beruhigt und dann sagen sie das ist Gottes unoccupied wir können uns hier niederlassen wir können unser Königreich hier etablieren denn niemand ist in diesem aber wenn man zur Geschichte geht da haben Leute in diesem Land gewohnt und wenn man durch die Geschichte durch auch wenn die Puritaner versucht haben durch Verträge Frieden zu haben dann kamen dennoch die Kämpfe die irgendwann ausbrachen und die lokalen Leute haben gegen die Puritaner gekämpft und sie haben für ihre Herkunft für ihr Land für ihr Erbe gekämpft und ihre Herkunft und die Puritaner die waren und ihr sie resultierte in Tod vielen Einwohner Eingeborenen Einwohner von Jerusalem also was für einen Punkt möchte ich hier eigentlich sagen das ist Gott der sich mit einer gewissen Gruppe von Menschen bewegt er möchte mit der Menschheit sprechen und er möchte zur Welt sprechen also alles was um dieses Volk herum passiert zumindest für ihren Propheten zumindest für ihr Verständnis und wie die Welt damals war ist Ablenkung es ist irrelevant für die Geschichte es klingt sehr schlimm wenn man es betrachtet aber wenn man denkt dass das schlimm ist dann geht zurück zu anderen Geschichten in der Bibel wo Gott erlaubte dass gewisse Menschen Frauen genommen haben ohne dass sie zugestimmt haben von dass man beint über Leute die im Krieg gestorben sind dann die Frau würde in ein Leben eintreten mit dem neuen Ehemann ohne dass sie zugestimmt hat also möchte ich vorschlagen dass wenn wir Ellen White lesen dann sollten wir vorsichtig lesen in der gleichen Art und Weise und Vorsichtigkeit wenn wir Mose lesen aber es gibt da gewisse Risiken wenn wir Ellen White's Worte nehmen und ohne Weisheit buchstäblich anwenden denn ihre Sprache klingt so modern meistens sind ihre Worte modern ich möchte euch zu einem interessanten Part im großen Kampf mitnehmen und das ist Page 292 Paragraf 3 und das ist Paragraf Seite 229 Paragraf 1 Anwenden That inspired the pilgrims to brave the peruse of the long journey across the sea, to endure the hardships and dangers of the wilderness, and with God's blessing to lay on the shores of America the foundation of a mighty nation. Yet honest and God-fearing as they were, the pilgrims did not yet comprehend the great principle of religious liberty. The freedom which they sacrificed so much to secure for themselves, they were not equally ready to grant to others. It was the wish for freedom, which inspired the pilgrims to inspire the dangers of the long journey across the sea, to carry the efforts and dangers of the wilderness and with God's blessing to lay on the shores of America the foundation for a mighty nation. But as honest and god-fearing as the pilgrims were, the great principle of religion freedom had they not yet understood. Die Freiheit, für die sie so viel geopfert hatten, um sie für sich selbst zu sichern, waren sie nicht in gleichem Maße bereit, anderen zu gewähren. Also wenn diese Leute hier am Punkt B ankommen, dann gehen sie von Punkt A weg, weil sie verfolgt werden. Und wenn sie zu Punkt B ankommen, dann fangen sie an zu verfolgen. Sie fangen an Gesetze zu gegen religiöse Freiheit einzustellen. Und sie sind ja deswegen von Punkt A weg. Großer Kampf, Seite 293, Paragraph 1. 11 Jahre nach der Gründung der ersten Kolonie kam Roger Williams in die Neue Welt. Wie die früheren Pilger kamen, um Religionsfreiheit zu genießen. Aber im Gegensatz zu ihnen erkannte er, was zu seiner Zeit nur wenige sahen, dass die Freiheit das unveräußerliche Recht aller Menschen war, ganz gleich, welchen Glauben sie waren. Also wenn sie nach Amerika kamen, dann wurden sie nicht ohne Warnung zurückgelassen. Während sie durch diesen verbodenen Pfad ging, Gott hat Roger Williams berufen, um sie zu warnen. Und was passiert jetzt zu Roger Williams? Großer Kampf, Seite 294, Paragraph 2. Großer Kampf, Seite 294. Peter Williams was respected and beloved as a faithful minister, a man of rare gifts, of unbending integrity and true benevolence. Yet his steadfast denial of the right of civil magistrates to authority over the church and his demand for religious liberty could not be tolerated. The application of this new doctrine, it was urged, would subvert the fundamental state and government of the country. Right, then she's quoting from a certain book. He was sentenced to banishment from the colonies and finally to avoid arrest. He was forced to flee amid the cold and storms of winter into the unbroken forest. Roger Williams wurde als treuer Geistlicher respektiert und geliebt, als ein Mann mit seltenen Gaben von unbeugsamer Integrität und wahrer Güte. Doch seine standhafte Ablehnung des Rechts der zivilen Magistrate auf Autorität über Kirche und seine Forderungen nach Religionsfreiheit konnten nicht toleriert werden. Die Anwendung dieser neuen Doktrinen, so wurde behauptet, würde den grundlegenden Staat und die Regierung des Landes untergraben. Er wurde zur Verbannung aus den Kolonien verurteilt, um mit einer Verhaftung zu entgehen. Um einer Verhaftung zu entgehen, war er schließlich gezwungen, inmitten der Kälte und der Stürme des Winters in den unberührten Wald zu fliegen. Also Roger Williams wurde von denen verfolgt, die selber geflohen waren, über die Themen, vor denen sie geflohen waren. Und zwar das Thema der religiösen Freiheit. Also wenn ich euch fragen würde, Offenbarung Kapitel 13, Vers 11, Wenn man das Buch Großer Kampf die hieß, dann würde man mir sagen, Offenbarung Kapitel 13, Vers 11, dieses Aufkommen von Amerika, das Lamm-ähnliche Tier, dann kommt es auf um 1798. Ihr würdet mir sagen, 1793 bis 1796, der amerikanische Bürgerkrieg, Die Unabhängigkeitserklärung, dass man da eine Verfassung dann hat, die die Amerika regieren würde. Und ihr erzählt mir von diesem schönen Bild, Sagen, ja, das ist eine wunderschöne Nation. Aber ich möchte vorschlagen, Jahrhunderte, bevor wir zu 1793 kommen, Jahrhunderte, viele Jahre zuvor, Bevor wir zu 1798 kommen, hat Amerika bereits demonstriert, dass es wie ein Lamm-ähnliches Tier ist, aber es spricht bereits wie ein Wachher. Ich weiß, wie wir sagen, dass Amerika wie ein Drache anfängt zu sprechen, am Sonntagsgesetz, aber ich sage, es ist in der DNA von Amerika wie ein Drache zu sprechen. Amerika spricht bereits als ein Drache, als es angefangen hat. Als die Britaner die erste Kolonie etabliert haben, auch wenn prophetisch es erst am Sonntagsgesetz markieren würden. Was ist jetzt mein Hauptpunkt? Mein Hauptpunkt ist das, wenn wir das hier alles lesen, dann lesen wir eine Geschichte, das repräsentiert eine Geschichte, eine Geschichte über die ganze Menschheit. Wenn wir über Moses sprechen, dann sollte man sich selber in der Geschichte sehen. Wenn wir über Ellen lügen, dann sollte man sich selber in der Geschichte sehen. Also wenn Jesus jetzt hier kommt, dann sagt er, dann sagt er, sagt Jesus, weder Jude, noch Genta, noch Heide. Und 2019, ältester Tess, sagt, jeder Amerikaner oder den Rest der Welt 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 für Ellen White für Ellen White als Prophetin geht es um Amerika. Für Mose als Prophet geht es um die Juden. Aber für mich geht es weder um Juden oder Amerikaner. Es geht um die Menschheit. Wenn du 3SM lernst, wenn man das dritte Buch ausgewählter Schriften liest, Paragraph 1 und 2, 338, Paragraph 2, wenn ich es richtig verstanden habe, es sagt, dass die Menschheit immer in den Gedanken Gottes ist. Wenn Paulus dieses hier erzählt, da benutzt er ein sehr kompliziertes englisches Wort, um die Heiligen zu konsultieren. Konsolen. 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 Du bist wie eingeführt in die jüdische Nation. und wenn ich es lese, dann glaube ich es nicht, weil ich kein Jude bin. Ich komme von Zimbabwe. Ich weiß nicht, wie ich Hebron spreche. Aber Paulus, um mit mir Frieden zu schließen, sagt, Nein, du bist ein Jude. Spiritually, geistlich. You have become a Jew because you have believed these things. Denn weil du diese Dinge glaubst, wirst du, wenn, weißt du, wie man, I'm going to use the grafting, what you did in agriculture. So what happened to you, Ignatius? Wenn man diese Veredelung macht, in der Agrikultur, from somewhere, da wirst du von irgendwo genommen, etwas, wo du nicht hingehörst, und dann würdest du dahin zugefügt, dass du dann dazugehörst. Ich war immer da. Hier war ich da. In Gottes Kopf. Und was passiert während dieser Zeit, dieser ganzen Geschichte, ist ein Gleichnis. Es ist ein Gleichnis. All diese Leute sind einfach nur Hector. sind einfach nur Schauspieler. Sie erzählen meine Geschichte. Ich bin mehr privilegiert als sie. In meiner Vorstellung, da tun sie es für mich. Dass ich den Charakter Gottes verstehen kann. Und auch, dass sie den Charakter Gottes verstehen. So dass die Bibel ein lebendiges Buch wird. Paul sagt es mit Macht. Wenn ich die Bibel lese und es dann dort belasse bei den Hebräern, dann gibt es mir diese Kraft nicht oder diese Macht. Wenn ich jetzt zum Schluss komme, was ist, wenn wir diese Person hier betrachten? Diese Person ist ein Sünder. Woher weiß ich, dass es ein Sünder ist? Denn, weil Moses gesagt hat, Sünder werden aus der Stadt rausgeschmissen und sie würden gesteinigt werden wegen ihrer Sünder. Also diese Person wird gesteinigt werden. Dieser Stein wird diese Person hier steinigen. Also diese Person das ist, wo wir auch die USA finden. Nun finden wir nicht nur die USA da, sondern Frankreich ist auch da. England ist da. Deutschland ist da. Die Sünden, die wir im Großen Kampf finden, finden wir dort. Und die kleinen Länder sind auch dort. Zimbabwe ist auch da. Wo ich herkomme, das ist auch da. Es ist hier bei dieser Person. Es ist wartet, zu gesteinigt werden, weil es in einem sündlichen Zustand ist. Und es wartet hier, gesteinigt zu werden, weil es im Sündigen Zustand ist. Also wenn wir für das Sonntagsgesetz schauen, wonach schauen wir? Wenn wir die USA anschauen, dann schlage ich vor, dass wir die USA nicht betrachten, dass die USA alles tun wird und der Fokus der Bühne ist. Die USA ist ein Leichnis, das zu der ganzen Welt spricht. Die Prinzipien, die in den USA passieren, passieren auch in anderen Teilen der Welt. Also wenn wir sagen, das Sonntagsgesetz ist kurz vor uns, dann sagen wir, wo auch immer du bist, wo auch immer deine Geographie, die Prinzipien des großen Kampfes, sie werden jeden Tag reifer. Und es geht sehr schnell. Auch wenn du nicht die internationalen Nachrichten lesen kannst, denn ich weiß, jemand tut es gerade schauen und fünf, sechs Leute sind um ein Telefon zusammen mit dem 16 Gigabyte Arbeitsspeicher Sie kämpfen darum, dass sie hören kann, es ist kein Internet da. Es ist sehr schwierig, internationale Nachrichten zu bekommen. Es ist sehr schwer zu wissen, was mit Donald Trump passiert und mit dem Trumpismus und jemand findet es eventuell sogar schwer, den großen Kampf zu lesen. Denn das Englisch im ersten Kapitel, die Zerstörung Jerusalem, ist sehr schwieriges Englisch. Also sage ich, abgesehen von den ganzen Kämpfen, die man durchmacht, dieser Botschaft zu verstehen, ist, was man aus diesem Vortrag mitnehmen sollte, ist, dass diese Geschichte um dich geht. Es mag vielleicht schwierig sein, einige Worte zu lesen im großen Kampf. Einige Worte sind Deutsch, einige sind Englisch und dein Name ist Evia Ciguenguendere. Und dein Name ist das, was er gerade eben gesagt hat. You can't pronounce Ciguenguendere, my translator can't pronounce Ciguenguendere. Also mein Übersetzer kann das nicht sagen. Ciguenguendere, yes. Ciguenguendere. 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 But you are forced to pronounce my, my, what's the name of the son of Isaiah, my hair shallow hashbaz. Und der Sohn von Isis. Because the Bible is written within a context. The great controversy is written within a context. Der große Kampf ist geschrieben in dem Kontext. Aber die Geschichte geht um dich als individuelle Person. Alles, was Gott tut, er schaut nach dir. Und nach diesem neuen Satz, der in der Bewegung sehr prominent ist, das Persönliche ist politisch. Das Politische ist persönlich. Also möchte ich sagen, das Gleichnis ist persönlich. Was auch immer du da liest, it should reach to the person. Es sollte die Person erreichen. And it should make you a better person. Es sollte dich zu einer besseren Person machen. A better disciple. Ein besserer Nachfolger. Ein besserer Repräsentant des Königreichs. Let's pray. Lasst uns bitten. Unser ewiger Gott, wir kommen wieder vor deinem Thron. Wir bedanken dir, dear Lord, für die Liebe, die du in deinem Wort uns gibst oder demonstrierst. Dass um, dass du die Menschheit erreichst, musstest du die Menschheit benutzen. Dass wir nicht von deiner Herrlichkeit und deiner Präsenz geschockt werden. Dass wir deinen Charakter ausleben können. Während du soft mit uns umgehst, Herr, ich bitte dich, dass durch unser Chaos und unsere Dummheit dass du weiterhin mit uns soft bist. Wir bitten, dass während wir kämpfen, damit zu verstehen, was um uns herum passiert, während wir hier mit der Geografie gehen, während wir hier mit der Geografie umgehen, dass wir gebunden sind durch eine Sache, unsere Liebe Gottes zu Gott und unsere Liebe zueinander. Wir bitten dich, dear Lord, dass durch die Kraft des Wortes die Liebe, die wir füreinander haben, dass sie weiter sich unter uns manifestiert. Segne uns, während wir mit dem Sabbat weitergehen. Sei mit jedem einzelnen Mitglied dieser Bewegung, wo auch immer sie sind. Und dass wir trifft uns an den unterschiedlichen Punkten, wo wir es nötig haben. In Jesu Namen bitten wir das. Amen.